Ja, dann kommen wir zum Einfügen von Bildern im Publisher. Ich kann hier über Einfügen, Bilder, auf den ganz normalen Bilderordner, den ich hier auf dem Computer habe, gehen. Ich kann aber auch hier sagen Online-Grafiken. Dann habe ich den Vorteil, dass die Bing-Bildersuche aufgeht. Und ich kann jetzt hier einen Suchbegriff eingeben. Ich gebe mal Baum ein und das Ganze kann ich natürlich entsprechend noch filtern. Ich habe jetzt hier noch Creative Commons eingegeben und wähle jetzt hier mal ein Bild aus. Das sage ich Einfügen. Und ja, ich hatte hier schon Text drin. Das Bild liegt davor. Ich kann aber auch hergehen und sagen Ebene nach hinten. Der Text ist jetzt hier sichtbar, allerdings durch den Baum schlecht sichtbar. Ich müsste ihn also in einen Bereich schieben, wo der Text wieder eher lesbar ist. Oder wie gesagt, Textfeld ein bisschen einfärben, sodass der Text hervorkommt. Was kann man jetzt mit den Bildern noch machen? Ich kann die natürlich in der Größe verändern. Also hier habe ich Ziehpunkte hier an den Seiten. Ich kann aber auch hier das Bild stauchen. Sollte ich allerdings nicht machen. Jetzt sehe ich nämlich, das Bild wirkt unnatürlich, weil ich hier natürlich das hier verkleinert habe. Schaut ein bisschen geschrumpft aus. Ich würde das in der Originalgröße lassen. Wenn ich das Bild allerdings im anderen Format brauche, dann klicke ich entsprechend drauf. Hier erscheinen die Bildtools. Die erscheinen nur, wenn ich dieses Bild natürlich angeklickt habe, sonst verschwinden die wieder. Wenn ich also hier draufklicke, kann ich auf Formatieren klicken. Und dann könnte ich hergehen und sagen Zuschneiden. Dann kann ich zum Beispiel diesen Rahmen hier kleiner schieben. Wenn ich auch nicht so viel Wiese brauche, kann ich es auch nach oben schieben. Und dann habe ich hier ein ganz neues Format von dem Bild hier und kann es wieder entsprechend positionieren. Wenn ich mehrere Grafiken habe, kopiere ich jetzt einfach mal schnell dieses Baumbild. Und ich möchte ein Bild im Hintergrund haben, ein Bild im Vordergrund. Dann kann ich das natürlich immer ändern, indem ich hier sage, Ebene nach hinten oder Ebene nach vorne. Hier muss ich natürlich hier entsprechend das Bild angewählt haben. Dieses Textfeld wird allerdings auch als Objekt dann praktisch erkannt, sodass ich praktisch hier auch sagen kann, Ebene nach vorne, Ebene nach hinten, Ebene ganz nach hinten. Okay. So, was können wir noch machen? Ach ja, ich kann natürlich auch hergehen, die Bilder hier außerhalb vom Dokument parken und das geht auch mit Text. Oder ich kann es hier zur Hälfte reinschieben und im Druck sieht es dann natürlich so aus. Ist nur die Hälfte da. Wenn ich einen Drucker habe, der randlos drucken kann, dann geht das Bild noch weiter bis zum Seitenrand. Ansonsten ist hier so ein schmaler 2 mm Rand, der das Bild dann ein bisschen abschneidet. Wenn ich nicht gleich weiß, welches Bild ich einfügen will, dann könnte ich auch einen Bildplatzhalter nehmen. Achso, der ist jetzt hier schon drin, genau. Den kann ich auch in seiner Größe ändern und könnte sagen, okay, das soll jetzt hier entsprechend positioniert werden. Später kommt an dieser Stelle noch ein Bild rein. Wenn ich dann hier draufklicke, dann geht wieder die Bing Bildersuche auf. Ich kann jetzt hier auf den Computer zugreifen. Bing Suche. Ich gebe mal wieder meinen Baum ein, weil da weiß ich, dass es funktioniert. Und dann sage ich Einfügen. Und dann wird dieses Bild auch entsprechend in dieser Größe von dem Fenster, was ich vorhin schon aufgezogen habe, eingefügt. Ja, man kann nicht nur Bilder einfügen. Es gibt auch entsprechende Baustehen, zum Beispiel Seitenbestandteile. Ich habe jetzt hier so ein Element, da kann man Überschriften draus machen. Man kann es hier entsprechend positionieren. Vorteil ist, ich muss jetzt hier nicht das Oval zusammen basteln und das Textfeld darüber legen, sondern ich habe das hier alles in einem. Ich muss hier nur auf den Text klicken, kann den Text überschreiben, hier unten auch. Und schon habe ich hier entsprechende Seitengestaltung. Gibt es auch noch andere Sachen. Hier zum Beispiel, also das war jetzt eine Überschrift in der Kategorie. Ich habe jetzt hier aber noch zum Beispiel sowas hier. Kurzartikel. Kann ich hier draufklicken, kann dieses Bild wieder ändern. Und ich kann zum Beispiel den Baum nehmen hier, da draufziehen. Okay, so wechselt man also. Also auf diese Schaltfläche und dann auf das nächste Bild und dann wechselt sich das entsprechend. Hier den Titel kann ich überschreiben, den Text kann ich überschreiben. Und so kann ich halt viel schneller solche Gestaltungselemente nutzen. Es gibt noch andere Dinge. Ich kann hier zum Beispiel Rahmen verwenden. Die kann man hier entsprechend verschieben und natürlich auch aufziehen. Dann ändern die sich auch entsprechend. Ich kann hier sogar Kalender einfügen. Und dann haben wir hier noch Werbeanzeigen. Kann ich hier auch hier einfügen. Jetzt gucke ich mal etwas näher ran. Und wie gesagt, es ist alles fertig gestaltet. Ich muss hier bloß draufklicken. Und dann kann ich sofort mit dem Überschreiben hier anfangen. Und natürlich entsprechend auch die Schriftgröße ändern, dass es hier wieder passt. Und so kann man sehr schnell Broschüren und Flyer gestalten, wo man hier sehr viel länger bräuchte, wenn man jetzt jedes einzelne Element selber zusammenbauen müsste. Okay.